Ja, was ist Crossfit? Crossfit ist ein Kraft- und konditionelles Workout mit verschiedenen Elementen von Weightlifting, Gymnastics, Übungen mit Kettlebells, Dumbbellzahlen, Kraftausdauer und dann verschiedene Strukturen aufgebaut. Ja, Crossfit ist für jeden, der gerne seine Grenze testen will, beziehungsweise ein vielseitiges Trainingprogramm so absolvieren will. Man muss nicht fit, um mit Crossfit zu starten, sondern man wird fit durch Crossfit. Ja, wir haben jeden Tag Crossfit-Klassen halt, von Crossfit-Basics bis normales Crossfit-Training, Vormittag und auch natürlich abends 17, 18, 19 Uhr von Montag bis Sonntag, also sieben Tage die Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreichen Teilnehmer zu unseren Kursen kommt. Kommt gerne vorbei, wir warten auf euch.